Ich hoffe, die Ehre, durch Melans Wunsch zu seinem Geburtstag eine kurze Rede zu halten. Wer ist Milan? Milan Wunsch. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Milan. Unbegrenzte Entfaltung und dass du jede Sekunde deines Lebens genießt. Von Herzen, Heidolf Gerngroß. Ja! Herzlichen Glückwunsch. 14.12.2019 Lieber Milan, es ist ein großartiges Geschenk, das es dich gibt. Du bist mir ein großes Vorbild, in dem du stets deinem inneren Gesetzen und nicht äußeren Konventionen folgst. Ich fühle mich bei dir großzügig und kaiserlich behandelt. Deine Kunst ist mir aufbauende Medizin für Geist und Fantasie. Was für ein Segen, was für ein Segen, sich von dir ermutigt zu fühlen, im Miteinander zwanglos und offen. Was für eine Quelle der Freude, dich durch deine Lebenslust mit dem... Mit dem, da kann ich jetzt nicht mehr reden, mit dem... Du kannst deine eigene Schrift nicht geben. Was für eine Quelle der Freude, dich durch deine Lebenslust in dem Bann sicher zu lassen. Wir geben dir doch! Danke! 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 Hallo! Vielen Dank.